Jetzt freue ich mich auf eine Frau, eine Künstlerin, ein Energiebündel, absolut. Sie hat, glaube ich, auch schon einige Auftritte bei mir hier auf der Bühne absolviert. Sie ist eine, da würde ich sagen, sie ist eine tolle Sängerin, aber sie ist vor allen Dingen auch eine großartige Songschreiberin. Und sie schreibt alle ihre Songs selber und das soll sie mal auch weiter so machen, weil das ist nämlich wirklich großartig. Ihr Erfolg ist, glaube ich, ihr Optimismus. Sie ist früher mit elf Geschwistern gemeinsam aufgetreten und heute hat sie Energie für zwölf. Den Song, den ich mir ausgesucht habe, der ist von 2019 bei uns in Berlin im Velodrom hat sie den gesungen. Und ich kann den sogar ein bisschen mitsingen, aber sie kennen ja inzwischen meine sängerischen Fähigkeiten, mache ich lieber nicht. Ich lasse sie ran. Ein schöner Song. Hier ist Maite Kelly. Das ich sowas mach, hätt ich nie gedacht. Doch jetzt stehst du da. Nichts ist, wie es war. Niemals, sagte ich. Niemals, ich tauch nicht. Niemals, wie lächerlich. Schließlich kenn ich dich nicht. Ich nehm dich heute Nacht. Vielleicht bleibst du viel Nacht. Ich nehm dich heute Nacht. Vielleicht bleibst du bei mir. Vielleicht ist heute Nacht der Anfang von viel Nacht. Ich will dich heute Nacht. Ich will dich heute Nacht in meiner Welt entfüllen. Ich will die Nacht, die ewig hält. Die längsten One-Night-Stands erhält. Ich will dich heute Nacht und das, was morgen fehlt. Ich will dich heute Nacht. Ja, klar, so hört man sich. Auf einmal ist alles klar. Ich nehm dich heute Nacht. Vielleicht bleibst du viel Nacht. Ich nehm dich heute Nacht. Vielleicht bleibst du bei mir. Vielleicht ist heute Nacht. Vielleicht ist heute Nacht der Anfang von viel Nacht. Ich will dich heute Nacht in meiner Welt entfüllen. Ich will dich heute Nacht. Ich will dich heute Nacht. Ich will dich heute Nacht. Ich nehm dich heute Nacht. Ich nehm dich heute Nacht. Ich nehm dich heute Nacht. Nein, nein. Ich nehm dich ja schon richtig an. Aber jetzt ganz kurz, Carmen. Ich gehöre mittlerweile für die neue Generation zu den Champions League. Ja. Und das ist alles deine Schuld. Meine Schuld? Ja. Du hast nämlich vor vielen Jahren, als ich keine große Plattenlebe hatte, mich eingeladen, in deiner Show mit meinen ersten eigenen geschriebenen deutschen Liedern mit, weil du mich lässt. Und ich durfte auch noch live singen, was selten so ist. Ich wäre niemals in meinem Leben eine Arena-Künstlerin. Oder ich hätte niemals das Hit für Roland geschrieben, weißt nicht, für diese unglaubliche Unterstützung. Weil das sind Momente, da fange ich an zu zittern, weil mich das so gehört, das sind Momente, wo man das Gefühl hat, okay, das, was ich mache, ist doch gar nicht mal so falsch. Und du hast diese Gabe, Menschen zu befügeln, ihnen eine große Bühne zu geben. Und gerade jetzt in dieser Zeit, wo viele Künstler, wir alle irgendwie auf den Moment warten, wieder auf die große Bühne gehen, gibst du uns immer wieder diese Bühne auf. Nicht nur für uns, sondern die Zuschauer. Du bist und du bleibst die Grand Dame der großen Unterhaltung. Vielen, vielen Dank dafür. Auch danke dir. Danke, liebe Maite. Danke dir. Oh Gott. Ich verfolge mich, bitte. Macht ihr den heute alle mit mir? Dankeschön. Maite, vielen Dank. Und ich meine, dass wir das alles richtig gemacht haben und dass wir recht hatten, dass wir dir Wind unter die Flügel gegeben haben, das sehen wir ja jetzt. Das ist so. Ja, vielen Dank. Du bist wirklich nicht mehr, wie hast du gesagt, du bist nicht mehr wegzudenken, du gehörst dazu. Die Leute lieben dich. Du aber auch nicht. Du bist Profi durch und durch. Ja, ich hoffe es, ich versuche es. Na, das bist du absolut. Ich habe dir gesagt, dein Optimismus ist auch dein Erfolg. Absolut. Man braucht aber auch Lichtfiguren auf dem Weg, weil ich war tatsächlich kurz davor aufzugehen. Deswegen vielen, vielen, vielen Dank. Aber du bist auch eine Frau, die sehr genau weiß, was sie auch schafft, wenn sie das will. Na, ich kämpfe mich durch. Ja, natürlich. Und wenn wir Maite heute hier haben und auch einen ihrer wunderbaren Duettpartner, also dann kann ich doch nicht sagen, ich schicke die Maite jetzt von der Bühne. Nein.